Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, wenn du häufig mit einer Reihe von Dokumenten zu tun hast, könnte sich heute ein frustrierendes Szenario ergeben. Bestimmte Unterlagen, die du brauchst, könnten auf mysteriöse Weise verschwunden sein. Es könnte sein, dass sich diese wichtigen Unterlagen in Luft aufgelöst haben und dich vor ein Rätsel stellen. Eine gründliche Suche ist zwar angebracht, aber es ist durchaus möglich, dass jemand diese Unterlagen unabsichtlich in seinem Besitz hat. Zögere nicht, dich bei deinen Mitschülern zu erkundigen, denn ein einfaches Gespräch könnte dich vor unnötigen Strapazen bewahren und dir aus der Patsche helfen. Eine Welle der Zuversicht und des Könnens schwappt über dich hinweg, getragen von der himmlischen Ausrichtung. Dieser Einfluss befähigt dich dazu, deine komplizierten Emotionen effektiv zu artikulieren. Kommunikation wird zu deinem Verbündeten und ermöglicht es dir, deine Gefühle mit Klarheit und Tiefe zu vermitteln. Auch wenn es gut ist, sich anderen gegenüber auszudrücken, solltest du die Bedeutung des Dialogs mit dir selbst nicht vernachlässigen. Nutze Momente während deines Trainings, sei es beim Laufen oder beim Krafttraining, um ein Gespräch mit dir selbst zu führen. Diese Übung kann dabei helfen, deine Gefühle zu sortieren und deine Gedanken zu klären, während du dich körperlich betätigst. Halte inne, um deine derzeitige Position und deine Ziele in deiner Karriere zu bewerten. Der Tag gibt dir die Möglichkeit, deine Routineaufgaben beiseite zu legen und dich auf eine breitere, langfristige Perspektive zu konzentrieren. Deine praktische Veranlagung wird deinen Entscheidungsfindungsprozess leiten und es dir ermöglichen, karrierebezogene Angelegenheiten mit einer geerdeten Perspektive anzugehen. Die heutige Energie strahlt eine lebendige und aufmunternde Aura aus, besonders wenn du Single bist und einen gleichgesinnten Partner suchst, der deine optimistische Welt sich teilt. Erkunde Dating-Apps, die sich an Menschen richten, die sich für dieselben Sportarten und Aktivitäten interessieren wie du. Vielleicht findest du auch Resonanz in philosophischen Online-Diskussionsgruppen. Die kosmische Atmosphäre strahlt Positivität aus, also sei authentisch, genieße die Lebendigkeit des Tages und vertraue darauf, dass die richtige Person deinen Weg kreuzen wird. Wenn sich die kosmischen Ausrichtungen harmonisieren, ist die Bühne für unerwartete Überraschungen auf deinem Weg bereitet. Der himmlische Tanz könnte unvorhergesehene Gelegenheiten mit sich bringen, die das Potenzial haben, den Verlauf deines Tages auf außergewöhnliche Weise zu verändern. Genieße die Freude an der Spontaneität und bleibe empfänglich für die wunderbaren Wendungen, die das Universum für dich bereithält. Diese Überraschungen können sich in den verschiedensten Bereichen deines Lebens zeigen, eine zufällige Begegnung, ein Durchbruch in deinem Beruf oder eine herzliche Geste eines geliebten Menschen. Begrüße diese Überraschungen mit Optimismus und Abenteuerlust, denn sie könnten der Schlüssel zu neuen Wegen des Wachstums und der Freude sein. Lasse dich auf den rhythmischen Rhythmus des Kosmos ein und genieße das Wunder des Unerwarteten. Der Schützemond regt deine Visionen und Träume an und ermutigt dich, mit deinem Partner offen über deine Leidenschaften zu sprechen. Nutze die Gelegenheit, unkonventionelle Themen zu besprechen, denn diese Gespräche können eine tiefere emotionale Verbindung schaffen und eure Beziehung bereichern. Außerdem solltest du Aktivitäten in Erwägung ziehen, die dein Selbstvertrauen stärken, wie ZB das Üben von Affirmationen, um dein Selbstwertgefühl zu steigern. Nutze die Mondenergie, um deine emotionale Intimität zu stärken und die kosmischen Strömungen mit Gelassenheit und Selbstvertrauen zu steuern. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Vier der Schwerter steht für Ruhe, Erholung und innere Einkehr. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vielleicht etwas Ruhe und Entspannung brauchst. Sie steht für eine Zeit, in der du dich von der Hektik des Lebens zurückziehen kannst, um einen Moment der Ruhe und der Verjüngung zu finden. Die Vier der Schwerter ermutigt dich, eine Pause einzulegen und dir den Raum zu geben, um dich körperlich und geistig zu erholen. Sie erinnert dich daran, dass Zeit für Selbstfürsorge und Reflexion zu mehr Klarheit und einem Gefühl der Erneuerung führen kann. Begleitet wird die Vier der Schwerter von der Sonne. Diese Karte steht für Freude, Optimismus und Erfolg. Sie steht für eine Zeit des Überflusses, der Positivität und des Potenzials für neue Chancen. Die Sonne lädt dich ein, die Energie der Freude und des Optimismus anzunehmen. Sie erinnert dich daran, dich auf die positiven Aspekte deines Lebens zu konzentrieren und Situationen mit Zuversicht und Begeisterung anzugehen. Die Vier der Schwerter und die Sonne bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Die Vier der Schwerter betont das Bedürfnis nach Ruhe und innerer Einkehr, während die Sonne das Potenzial für Freude und Optimismus hervorhebt. Nimm dir heute die Energie der Vier der Schwerter zu Herzen, indem du dir Zeit für Ruhe und Entspannung nimmst. Gib dir den Raum, um neue Energie zu tanken und Momente des Friedens und der Ruhe zu finden. Denke über alle Bereiche deines Lebens nach, die eine Verjüngung brauchen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Sonne, indem du dich auf die positiven Aspekte deines Lebens konzentrierst und Situationen mit Zuversicht und Begeisterung angehst. Mach dir das Potenzial für Freude und Fülle, das dich umgibt, zu eigen. Diese Lesung steht für einen Tag der Ruhe, der Besinnung und des Potenzials für Freude und Erfolg. Mache dir die Energie der Vier der Schwerter zu eigen, indem du dich um dein Wohlbefinden kümmerst und Momente des Friedens findest. Nutze die transformativen Qualitäten der Sonne, indem du dich auf die positiven Aspekte deines Lebens konzentrierst und den Tag mit Optimismus und Begeisterung angehst. Vergiss nicht, dich um dich selbst zu kümmern und dir den Raum zu geben, dich zu erholen und zu erneuern. Mach dir das Potenzial für Freude und Erfolg zu eigen, das vor dir liegt. Wenn du die Qualitäten der Vier der Schwerter und der Sonne kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl innerer Klarheit, Positivität und dem Potenzial für glänzende Chancen und Erfüllung angehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!